Wir sind zurück bei DIRT 3 im Let's Playtogether, jetzt in der zweiten Folge mit ein bisschen Rallycross-Action hier. Drei Phasen, Aspen, Monaco und LA Coliseum. Tja, die alte Truppe ist wieder dabei, auch aus dem ersten Part, wer den verpasst hat, jetzt unbedingt nochmal nachholen. Und dann starten wir durch. Yo! So, jetzt kommt wieder die Qual der Wahl mit dem Auto hier. Mitsubishi, keine Frage. Oh, The Black Mamba. Oh ja. Och nein, der Helfer hat genau das gleiche. Na, jetzt nicht mehr. Ich fahr' mehr Subaru, ich muss noch was anderes fahren, glaube ich. Also Isaacs und ich hier bleiben dem Lancer treu. The Black Mamba. Auf jeden Fall. The Black Mamba. Ich fahr' den Fiesta, den Fiesta. Der ist zwar relativ schlecht im Vergleich zu dem Lancer oder dem Subaru, aber er muss auch mal ein bisschen Abwechslung sein. Der hat Stil, der Wagen. Der Focus ST ist einfach so überpowered da. Nee, ja wirklich? Doch, ich bin voll. MG ist so überpowered. Nein, ich bin mit dem Langgetriebe. Nee, gar nicht. Mit dem Langgetriebe ist der so viel schneller, das gibt's nicht. Also Aspen bei Nacht wär' geil gewesen. Ja, Nacht ist mal so bei YouTube so ein bisschen doof. Ehrlich? Als dunkel. Ja, weil YouTube die Videos so abdunkelt und dann sieht man in der Nacht als Zuschauer kommen noch was, weißt du? Mein YouTuber, was bist du denn für Ena? Ja. Ja, ja. Echt. Magst du was YouTube für Einer ist? Doch. Was seid ihr für ein Verein? Ich starte auf dem Platz 2, das ist schon mal ganz gut. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Hey, Michel. Würde mir das Zeug kein Geld bescheren, würde ich schon längst auf... Nein, Spaß, Entschuldigung. Jetzt die Wahrheit. Ganz live hier. Ihr Typ ist der Weihnachtsmann. Ihr Typ ist der Weihnachtsmann. Jetzt wird ausgepackt. Meine lieben Zuschauer, ich mach das wegen euch. Nur, nur. 100% nur wegen den Zuschauern. Ohne euch kein I. Der ist rausgeflogen. Oh. Let's Play 05 hat ein rotes Abzeichen. Ja, das ist sofort gleich wegen der Geldgear. Ja. Er hat sofort gesagt, ey, bloß raus mit dem. Ja, wahrscheinlich ist der Rechner wieder eingefroren oder so. Er spricht ja auch nicht mehr. Ne, der ist weg. Jetzt kommt gleich hier die Meldung, ähm, User Disconnected. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Das krieg ich nicht. Das krieg ich nicht mehr. Ich hab das ausgestellt. Das gleiche Problem hatte ich bei mir früher auch gehabt. Da kam ein blauer Bildschirm mit einer weißen Schrift. Ja. So, dann jetzt zu 6. Ja. Wollten wir nicht eigentlich in Teams fahren irgendwie? Eigentlich schon. Wollte ich auch gerade. Also i6, wir beide hier. Team Black Beauty. Okay. Ja, auf jeden Fall. Asian Power. Tschüss. So, gibt Stoff. 33 FPS. Jawohl. 30, reich vollkommen im Spiel. 41. Die fahren sich doch schon ein bisschen anders als die oben. Wuiiii. Boah. Hier wird gleich mal abgeschossen. Oh, viel zu weit raus. Aber gerade noch. Oha. Fünffacher Überschlag. Läuft bei dir. Oh, den Matthias drängt mich ab. Oh, da geht's ab. Ein Lenser hat sich wieder überschlagen. Sehr gut. Nein, cool geil, Mann. Team Black Beauty. Sehr gut. Sehr gut. Ich komme nicht mehr vom Fleck. Ich kann mich nicht mehr zurücksetzen. Nice. Und letzten. Gott, fünf Runden hier. Das kann nichts werden. Ah, relativ lang. Mal sehen, ob ich den Mulcher wieder einholen kann. Oh, komm ich ein bisschen weit. Mir gefällt die Schriftung. Es tut mir sehr leid, dass ich dich im Stich gelassen habe. Ja. Oh, oh, oh. Ich fahre nur mit dem Controller. Scham. Zumindest die Hälfte davon. Es muss ja echt stressig sein, wenn der LPN da immer aufnimmt, dann der PC mit einem Upcut. Es muss doch echt stressig sein. Ja, das kann ich mir allerdings auch so vorstellen. Weil ich hatte genau das gleiche PC und dann habe ich mir einen neuen PC gekauft und es läuft alles wunderbar. Ich kann nur in den Kondensatoren liegen, aber ich komme jedes Mal zu weit raus hier. Was ist das? Also ich glaube, bei LPN liegt es sich am RAM und zwar liegt es am Mainboard, ganz klar. Ja. Wer zu sagen. Aber ich habe das gleiche Problem auch gehabt und zwar bei mir das Mainboard. So, jetzt kämpf' wir uns langsam ran da vorne. Ohne Einstellung ist da scheiße zu fahren, ich sag's euch. Ohne Einstellung? Also mir gefällt hier... Was für Einstellung? Ja, bei Esten habe ich keine Einstellung. Bei Monaco habe ich ja meine perfekte Einstellung, aber bei Esten einfach gar nicht. Dann bist du auch so weit rausgekommen. Ja. Oh, der Lukas ist wieder da. Nein! Oh, da dreht er sich, da dreht er sich und da nehmen wir den ersten Platz. Achtung! Oh! Na, wie der Frozen-Bildschirm oder was? Oh, coming out! Frozen-Neustart! Frozen-Neustart! Oh! 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 Der nicht redet! Er hat dich nicht abgeschossen und also nicht extra auf jeden Fall. So ist es, ja hier, ich hab einfach gesehen. Aber das Aquarium hat mich extra abgeschossen. Sie sind nicht eh. Du bist jeden denn rein gefahren. Ich bin geflogen und du auch neben mir und dann sind wir gegeneinander geflogen. Der Lukas ist gerade wieder rausgeflogen. Der schockert sich auf. Ich habe gerade wieder so ein Timeout gehört. Jetzt bin ich weg. Aber Schatz. Wie weit komme ich noch nach vorne? Oh Mann, das war so ein schöner zweiter Platz. Aber egal. Oh, oh, verdammt, verdammt. Ich hole bei Matthias immer weiter auf. Ja, ihr holt auch beide auf mich. Ich habe gerade einen Quersteher gehabt. Schießt ihn da ab. Jetzt, da ist so lahm. Ja, noch zwei Runde euch zeigt. Ich bin gerade vierter hinter dem Aquarium. Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Ich habe wieder ein bisschen Luft verschafft, aber ein bisschen weiter konzentriert bleiben hier. Lukas, bist du für mich wieder da? Ich bin wieder da, ja. Ah, okay. Wieder blauer Bildschirm mit einer weißen Schrift, äh, ever? Nee, nee, diesmal war es gar nicht. Ich habe kein Reifen mehr. Mir fehlt was, ich kann die nicht mehr lenken. Das gleiche Problem hatte ich gehabt. Und zwar, wenn beim Neustart entsteht, Windows konnte nicht gestartet werden, dann steht, dann geht alles. War bei mir auch so. Vielleicht noch ein schöner Fight, wahrscheinlich mit Matthias auf uns zu. Oh, die beiden kevillen sich, das heißt, ich komme wieder ran. Ja, das könnte nochmal spannend werden hier auf den letzten Metern. Tschüss, durch auf. Ähm, diese Schrift, wenn man vorne überhaupt gar keine Reifen mehr hat. Nein, gar nicht. Verdammt. Wird das ein weiterer DNF? Äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich fahre mich jetzt gleich einfach automatisch gegen die Wand und... Mein Auto geht einfach nicht kaputt. Ich weiß, DNF ist einfach nicht so Spezialität. Ja, ja. Oh, ne, Matthias jetzt. Ja, hinten kappeln sie sich jetzt, das ist natürlich sehr gut für mich. Ja, ich habe noch einen richtigen Reifen. Kann mir jemand helfen? Das Aquarium gegen Matthias und ich bin der lachende Dritte wahrscheinlich. Ich komme da vorne nicht mehr ran, ich habe mir das alles versorgt. Schießt euch ab, bitte. Zwei Dreher. Oh, da überrunde ich ja schon gleich einen. Das wird nochmal gefährlich. Ich habe nur noch... Oh nein, oh nein, oh nein. Alter, boah. Was? Oh nein. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, ich bin hinten raufgefahren. Ich dachte, der ist unsichtbar und dann war ich kaputt. Ich bin auch unsichtbar. Ich bin auch unsichtbar. Ich dachte, ich bin auch unsichtbar gewesen, oder nicht? Oh, ne, ne, ich bin voll aufgeknallt und bin in Führung liegen jetzt ausgeschieden. Weil mir ist wirklich nichts passiert. Das ist natürlich superärgerlich. Zweiter, jawohl. Letz Erster gewinne ich das, trotz des Köln-Kamann. Ich kann dich nicht zum Spiel einladen. Ach, das ist der Falsche, ups. Jetzt muss ich mich beeilen, glaube ich. Let's play in 06, sagst du. Nein, ich habe noch Zeit. Du hast noch 30 Sekunden Zeit bestimmt noch, weil ich hier doch noch rumdünfe. Ja, das war wirklich ärgerlich, muss ich mal sagen. Da ich auf Platz 1 liegen, da raufgefahren, war es vorbei, das Rennen. Also, Luca, ich glaube, es reicht. Da bin ich jetzt aber, das ist ja sicher der Herzen, würde ich mal sagen. Ich glaube, es reicht, wenn du mitfährst und nicht aufnimmst. Guckt euch jetzt mal bitte mein Auto an. Das wäre besser. Ja, da ist der Schweinehund, da. Hier, der mit dem Mitsubishi, da sind wir raufgefahren. Und dann war das eben vorbei. Der Schweinehund. Nein, das war der Ford Focus. Das war der Ford Focus. Ach, das war der Ford Focus, ja, den. Wo ist denn die Schweinehund? Ja, das ist ein Monster. Ich glaube, das ist ein Monster, das ist es nicht mehr. Ach, da ist er. Die Sau. Ähm, ja, natürlich. Ach, so ein Sauhund da. Aber ich bin trotzdem letzter, weil ich einfach nicht an dich vorbeigefam. Das ist aber komisch jetzt, eigentlich müsstest du... Nein, ich bin ja nicht mehr, ich habe es ja nicht mehr geschafft, die Runde noch weiterzufahren und an dich vorbeizufahren. Ich ja auch nicht. Ja, aber doch, du bekommst immer noch Punkte. Du bekommst immer noch Punkte. Ja, na gut, dann heißt es jetzt natürlich hier in den letzten beiden Runden nochmal... So, jetzt gehöre ich auch wieder dazu, jetzt auch noch im Fokus. Ja, nimmst du jetzt wieder auf, oder? Ne, ich nehme mich nicht mehr auf. Ah, okay. Ich glaube, das ist für dich besser, glaube ich, also. Ne, ich kann die Rüsche aufnehmen, also ich weiß ja nicht, was los ist. Jetzt habe ich auch cool, schon bei 60 FPS. Stand entschreiben beim Neustart, Windows konnte nicht gestartet werden? Ne, diesmal nicht. Wenn es da steht, dann geht es meistens. Ja, das hatte ich einmal, hatte ich das bisher. Ja, das war bei mir auch so. Ja, jetzt geht es wieder. Oh, L.A. Colosseum, nice. Ja, ich glaube, war das denn so, dass du so ein Kriss in dem Rohr bekommst und dann alles abstürzt? Nein, einfach so. So, also diesen Ford Focus, den gucke ich mir jetzt mal ganz genau an, gleich von hinten. Ich bin ruhig, ich bin ruhig. Bei mir hört man kurz wie die Lüfter runterfahren, wie der Hohle fährt. Das ist halt wegen... Das klingt so nach einem Überhitzungsproblem. Dann hol es da noch weiter. Ich habe aber geguckt, äh, also eigentlich ist es zu heiß, Prozessor läuft bei 30 Grad, das ist jetzt eine Höchstlast. Probier es jetzt, sollst du nicht liegen, sondern fernicht, fernicht, alles vermeint. Gut, Lüfter drauf gepflanzt, also gut, kann nichts da heiß werden. Ja, stimmt allerdings. Ja, das stimmt allerdings. Auf die Karte dürfte es dir normalerweise auch. Gut. Oh Gott, ich starte als Erster bei sieben Leuten. Nein. Letzter, sehr schön, da kann ich mich ein bisschen reinhalten. Welche Strecke ist das gleich in Monaco? Ähm, ne, das ist, glaube ich, Saint Devote. Achso, da bin ich, da bin ich neunter unter allen auf der Welt. Natürlich. Mit der Zeit, ja. Ach, pass auf, er wird sowas von failen. Ich wollte gerade sagen. Die ersten, nein, die ersten sechs sind alles Hacker, alle 15 Sekunden. Ey, Lukas, wie läuft es denn eigentlich bei den anderen, bei den anderen Spielen sowas wie in Verspiel Rivals? Kackt da das öfters mal ab? Nö, gar nicht. Hm. Also ein PC ist aktuell wie so eine Frau, die ihre Tage hat. Ne. Äh, sehr blutig. Also, wo, kann das eigentlich nur bei Dirt 3 jetzt ab oder auch bei anderen Spielen? Das passiert auch mal bei anderen. Oh, zwei schwarze, zwei schwarze Lensers da vorne. Oh, Team Black Mamba auf Pole Position. So, mein Ford-Kollege da vorne, der so möchte ich's mal ein bisschen da in den Standorten setzt. Auf jeden Fall. Ihr schnappt mich jetzt. Oh, ich bin in, ich bin in, ich bin in. Ich bin außen. Geil. Ich bin hinten. Oh, verdammt. Oh, das war, das war lustig. Oh, das war lustig. Komm ab. Kusch dich. Da kommt, da kommt die Flatout da. Der ist nicht so quer gegangen. Hast du wieder vorher Flatout von Next Car Game gespielt? Hast du wieder Next Car Game gespielt? Hast du wieder Next Car Game gespielt? Ja, ich hab auch. Ey. Junge. Alter. Wer das Schanzmodell von Next Car Game hier in dem Spiel drin, dann wär's geil. Oh, ich finde das, das Schanzmodell reicht eigentlich schon aus, finde ich, so rein. Ich kenne mich nie mehr mit dir, Mann. Ach, Entschuldigung. Ach, du warst das. Ach, du warst das. Boah. Oh, davon knallt, davon knallt, davon knallt. Dankeschön. Da knallt noch mal. Oh, was, da knallt? Ja, dankeschön. Ja, kusch dich doch. Sehr gut. Und der soll ja, der gerät. Da hat's geknallt und ich wollte ihn noch ausweichen, dann hätt ich ihn umgemüht. So, irgendwie gleich so wie vorhin, weißt du, Mulchian jetzt da vorne, ne? Ja, du wirst dich gleich wieder drehen. Stimmt, dreh mich gleich wieder. Aber wenn ich mich hier kurz verlegen. Ja, ja, du hast den Mund. Ich guck dir mich hier jetzt zu. Junge, weg da! Also mal! Oh, der Matthias ist hier vorbeigegangen, hat sich der innen schön vorbeigedrückt. Ja, ich sag dir gefällten, ja. Der Ford hat hier kaum Traktion irgendwie innen schön vorbeigedrückt. Oh, ein göttlicher Drift, das war wieder... Nein, Spaß, das hab ich jetzt nicht gesagt. Ich find der, ich find aber der C4 ist auch dafür, dass der 60 PS weniger hat, ganz schön schnell. Ich find alle DLC auch bei Codemasters spielen. Nein, der ist genau wie viel, mein ich, laut Spiel. Er hat einfach nur 40 oder 60 PS weniger und da find ich den ganz schön schnell, weil der Peugeot, der ist ja ne richtige Flau. So ein Auto hat ja noch mehr Daten als nur Gewicht und PS, ne? Ach, ne. Darf man nicht vergessen, ne? Garotien ist total unwichtig. Gibt's nicht. So, das Aquarium hier direkt am Heck, das wird ein harter Kampf. Das Aquarium überholtig geht. Das Auto hat kein Benzin im Auto, sondern Red Bull. Ach, genau. Aber es geht der Aquarium, glaub ich, da immer gleich vorbei. Muss ich aufpassen. Der MG ist einfach richtig Bombe. Der letzte einfach rum. Oh, das war ne gewissen kleinen Kampf. Oh, der interessiert den richtig geilen Kampf gerade irgendwie. Michael und Michael. Ja, Michael. Michael und Michael. Ich bin überhaupt noch was? Weit abgeschlagen. Let's auf dem letzten Platz. Ja, wenn ich hier halt von dir in die Wand gekloppt werde. Ja, 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 ja. Immer diese Ausreden. Echt mal. Gibt wirklich Ausreden, ey. Das drin gibt's auf Kloppe. Durchs Internet, ne? Ne. Wir haben 5 Totalschein in der ersten Kurve. Internet do your thing. Der Spruch ist doch von ne Floyd. Richtig. Ja, kann ich genau sagen. Geht man zu viel, ne Floyd. Oh, da kommt der Aquarium, der drängelt sich sehr harsch durch. Ah, schön. Oh, falsche Richtung. Okay, das ist die Drache. Bittere, bittere Rache gibt's hier jetzt. Das war noch voll. Ja, ja, ja. Jetzt kommt die bittere Schokoladenseite von Michel. Ja, ich bin der Schokoladenseite. So, ab geht die Post. Michel im Sandwich von RaceboxTV. Ja, der geht immer so ein bisschen... Im Mouladen-Sandwich. Der geht mir immer ein bisschen zu doll aus der Kurve raus, der Fiesta, muss ich sagen. Also der fährt sich wesentlich, als wenn der Fiesta kein Allrad hat, ey. Ja, das finde ich auch, der rutscht ein bisschen sehr krass. Ja, der rutscht sehr krass. Man kann die Kurve nicht voll ausbeschleunigen, irgendwie. Ja. Bestimmt, wenn ich jetzt sage, ich dreh mich, dann dreh ich mich gleich. Das kann man aber mit dem Fokus auch nicht. Ja, der Fiesta fährt sich... Deshalb mag ich den Roubaix-Wagen, also den Audi Quattro, einfach lieber. Ich finde, in Monaco bin ich mit dem schneller. Ja, der ist auch schneller. Oh, sorry. Kommt das nur... Bin ne ich so, oder find ich nur der? Kann nicht mehr reden. Oh, da dreht er sich, da dreht er sich. Oh Gott! Sorry. Find nur ich den MG Metro so geil, oder ist der auch so gut? Der ist eigentlich richtig geil. Ist er eigentlich nicht. Oh, der kommt nicht aus den Ecken raus, der Fiesta. Oh Gott! Wollte ich dir fast hinten drauf gefahren. Oh Gott! Wollte ich dir fast hinten drauf gefahren. Oh, oh, oh! Dreikampf! Jetzt wird's spannend! Letzte Runde! Ich glaub, die gegen mich alle wieder nach. Jetzt haben die sich weggehauen! Oh, Mann! Oh, das ist die kleinen Ging. Sorry, Wand! Nice, jetzt hab ich den Platten dank dir! Bin da sehr fassiv gefahren. Ich hab den Ratscher. Tut mir leid, Wand. Ich wollt's nicht so. Tut mir leid, Wand. Ich wollt's nicht so. Du weißt doch. Du weißt doch, wie ich fühle. War hier sehr passiv. Dein Herz aus Beton. Sehr passiv. Sehr passiv. Da ist der Sieger. Ja! Da hat der Multian abgestaubt, ne? Oh, da knallt's noch mal! Fast! In hier quer ein Ziel rein. Oh, ganz knappe Geschichte. Oh, oh! Der LPN! Oh, oh! Dein Auto ist aber ein bisschen lidiert. Was auch an der Seite? Ja, ich hab den Gerät nicht. Ich meine, der Gerät ist mir die Wartkarte gefahren. Den Gerät? Ja, und dann hast du die Platten. Du hast ja auch so'n, du hast ja auch so'n Fokus. Ja, ich muss den nehmen. Es hat das Spielautomaten gewählt. Alles diese DLC-Noobs, ey, echt mal. Ich hab den nicht ausgewählt. Der ist auch kein DLC-Auto. Doch, ist er. Ach so, ja, stimmt. Ja, Punkt gleich. Ich dachte immer, der Fiesta wäre DLC-Auto. Fünf Punkte! Stimmt, Fokus und C4 sind ja DLC-Kamen. Oh, Punkt gleich mit Aquarium? Aber guck mal, es ist wieder sehr kreativ. Wir nehmen Autos, die wir da schon drin haben, und wandeln die einfach ein bisschen um als richtig krass Autos. Also, es gehört zweimal ganz viel aus mit auf der Karte. Ja, wobei, der Hansen Motorsport C4, der ist schon nochmal ein extra-Modell. Der ist auch gut getroffen eigentlich. Oh, Monaco, da sehe ich schwarz. Ja, Monaco eigentlich bin ich ganz gut unterwegs. Ich hatte nur dort drei Herbstturnier, wo ich abgeschossen, wenn du das vielleicht noch weißt. Das ist sogar noch auf Video, ne? Ja, da. Aber ich hab's auch mit aufgenommen, aber ich hab's nicht hochgeladen. Ja. Ne. Das wollte ich meinen Zuschauern nicht antun. Wie sie mich alle weghauen. Ich hoffe, ich starte jetzt als letztes. Das war da so ein Battle, um die Käse nicht unbedingt haben. Das war da so ein Dreier-Battle, um Lukas und mir, wer ins Halbfinale einzieht. Und da hat Lukas hier in Monaco dann gewonnen. Da habt ihr euch beide gebettelt. Ja, aber wie? Ja. So, das hat hier von der 2. Das ist aber nicht so schön. Ja, ja. Matthias muss ich auch erstmal überholen, ne? Der ist hier auch... Der wird immer stärker jetzt. Ja, ja. Der... Aber der... Der... Der hat den Vorteil, dass er halt die Konzentration voll hat, ne? Hab bestimmt uns doch alles dumm geschaltet, weißt du? Fährt bloß einfach die Rennen. Mhm. Ja. Tunnelblick. Ja, ja. Voll alkoholisiert, voll im Rausch. Ja. Geht nur noch dem Bildschirm. Oder die Bildschirme, je nachdem. Bildschirme, Triple Screen. Ja, das ist das ähm... Quintett. Mit CXC für Motion Throw 2. Ja. Ach, diese langen Ladezeiten, wegen dem Gerät, ne? Schrecklich. Der Gerät geht gerade. Bin jetzt fertig. Warte, nur noch eben Einstellungen, und die hab ich ja gespeichert, dann läuft das alles. Ah. Klick einfach breit, danke. Klick einfach breit. Übrigens bin ich von Lucas Oil gesponsort, Lukas, hast du damit irgendwas zu tun? Natürlich. Ja. Lukas, du wirst dich schon mal gebracht? Nein! In einer anderen Folge. Eine eigene Ölproduktionsfirma. Der Gerät ist rausgeflogen. Der kriegt den Hals nicht voll, der Lukas weiß, der muss noch eine Ölfirma noch... Ja. Meine Lieblingsstrecke und ich flieg raus. Gibt's das? Ja. Wie gesagt, du fehlst. Du lang geladen. Oh, Aquarium hat einen ganz guten Start. Ich bin aus, mein Freund. Das waren wir eigentlich nicht gleich in der Runde. Ja. Achtung. Ach, ja. Autsch, Johannes. Pass auf. Schieß mich schon wieder ab. Ja, wenn wir gleich irgendwie so einen Pfannenmodi oder so spielen, brauche ich nicht unbedingt Einstellungen, dann bin ich schneller da. Oh. Ah, kacke, der Matthias. Ah. Ja. Nein. Verpasst dich. Aua. Da knallz, da knallz. Langsam. Ja, weil wir hier uns in der Hahnadel müssen gebettelt haben. Ich bin da früh auf der Bremse gewesen. Da hatten mich die beiden da in sich innen rein gebremst. Hätte ich voraussehen müssen. Zehn Runden hier, das Finale jetzt. Ach was, zehn Runden? Seit wann das denn? Oh, ein. Zehn Runden, ja. Was ihr könnt, das kann ich. So lange. Oh, das war richtig knapp. Hallo, Wand. Vergleich gleich mal den Fasti von Michel mit dem von Ohr. Was ihr anders macht. Oh, die beiden weddeln sich da. Die spinnen uns, die drehen sich. Das müsste ja passieren. Das war eigentlich, glaube ich, dein Fehler. Nee, eigentlich nicht. Na, du bist du Pufferin gehauen. Ja, ich war innen, aber du hättest da Platz lassen. Aber du hast mich wieder schön gedreht. Nein, nein, nein. Not in my house. Ah, scheiße. Nix da. Direction is a bitch. Team Black Mamba auf 1 und 3. Ja. Undschüss, mein Freund. Ah, da geht er zu weit raus. Nein, da knallt an die Wand. Team Black Mamba auf 1 und 2. Ah, kommt ja nicht mal raus. Das ist der sechste. Läuft bei dir. Ja. Du musst mir jetzt zeigen, was du kannst, Michel. Ich guck dir jetzt mal raus. Und will wissen, wie du die Linie fährst. Weil ich verstehe nicht, wie ich bei dir 2, 3 Sekunden schneller sein kann als du. Mit dem Rallycrosswagen. Okay, die Position Heiner nahm, dann habe ich hier den Sieg. Okay, die Kurve fahre ich schon ganz anders an. Bist du jetzt 3 Sekunden schneller oder langsamer? Bin schneller als du. In Monaco auf allen Strecken. Ja, gut, das kann möglich sein. Im Zeitfahren, aber im Rennen, da bist du nicht schneller. Ja, jetzt sowieso nicht. Doch, im Rennauf kannst du Fabian und so fragen. Ja, wer ist Fabian? Ich. Heißtix. Heißtix. Hallo Fabian. 25.000. Guten Tag Herr Mulchian, wie geht es Ihnen? Na, alles ganz gut, ja. Hinter mir ist das Aquarium. Auf jeden Fall. Ich guck wieder ein bisschen auf, zumindestens. Vielleicht habe ich auch noch eine Chance noch einen Platz gut zu machen. Lukas auf der 4, unglaublich. Ihr macht gleich einen Fehler, ich sag's dir. Aber mein Motor macht ganz komische Geräusche. Oh, 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 zu weit raus gekommen. Scheiße. Da vorne knallt scheinbar, da fliegen Teile. War ich. Aquarium, bitte nicht hauen. Mokus, der 4, komm ich schlecht raus, ist ein bisschen ärgerlich. Ich will wieder meinen Subaru zurück. Holen dir. Michael, du musst mal diese Haarnade ganz kurz versuchen, wirklich richtig eng zu nehmen, weil dann ist der Ford, glaube ich, besser. Ja, ich mache mal so. Ich gehe mal voll auf die Handbremse und zickel den quasi rein, aber ich glaube, das ist mit normalen Bremsen besser. Anbremse. Ja, anbremsen. Ich würde anbremsen. Ich bin auch deutlich. Ja, stimmt. Geht besser, geht besser. Ich fahre auch deutlich näher rechts an der Dingens entlang, weil ich die Kurve die enger nehmen kann. Und irgendwie ich komme schnell aus der Kurve raus, als wenn ich die so weit nehme. Schiebung. Oh, da vorne. Ja toll, super. Da dreht er den um, ist alles auf Bild gespeichert. Schiebung. Das Beweismaterial ist hier. Oh, er warte, das ist nett. Vielleicht war ich mir vorher hier auch schon zurück. Ist das spannend hier. Ist das spannend hier. Das war nicht so ganz schön, da finden wir es gerade. Oh, das sind wir draus, aber. Oh, die beiden kämmeln sich da hinten. Nein, 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 nein. Gut. Ja. Oh Gottchen. Ah, der geht aber auch quer, der scheiß Vieh. Ist da meine Güte. Rutscht er, rutscht er, rutscht er. Dank dir habe ich jetzt einen Radschaden durch. Ja, danke. Ich war das nicht. Das war der Lancer. Ja, genau. Gib nicht mir die Schuld. Oh, die haben aber vorsichtig gefahren, die Kurve. Ja, das war gerade. Ich habe mal neue Wege ausprobiert. Boah, Matthias. Ah, fuck. Achtung, wir hinten. Oh Gottchen. Mal gucken, ob ich sie jetzt mal einmal vernünftig kriege in der letzten Runde. Ja, versuche ich immer wirklich weiter rechts noch zu fahren als sonst immer. Meinst du hier nur in der Mitte oder was? Ja, ja, genau. Und dann anrufen und dann mit dem Heck rumgehen. Ja. Weil dann kann man die eigentlich schöner nehmen. Boah. Oh Gott, ey. Hat sehr gut funktioniert. Man hat es gesehen. Ey, Michi, das war die letzten fünf Runden, war das ein Duell hier mit dem Beyond Aquarium. Echt? Am Ende waren es 0,3 Sekunden. Oh, schade, dass ich es nicht gesehen habe. Na ja. Na, bei mir in der Aufnahme siehst du es dann. Dank Drängeln hat er es trotzdem geschafft dann. Ja. Ich habe es, ja, das war auch nicht so berühmt hier, die Rallycross-Runde mit euch. Ja, also bei uns war es, Sastiens, jetzt auch schon für die Aufnahme. Das war jetzt das dritte Rennen. Und, äh, gleich übernimmt wieder der Johannes. Und, äh, ja. Bis dann, Leute. Tschüss. Ja, also ich bin ja noch da. Wir machen jetzt gleich dann nach dem Rallycross, äh, machen wir noch, äh, so eine Funrunde, dann nämlich das Gamepad. Schalt die Lenkradkamera aus und dann machen wir noch ein bisschen so Outbreak, Katz und Mausen, so einen Spaß. Geil. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch in der dritten Folge wieder, äh, wenn ihr wieder einschaltet so rum. Und, ähm, dann sagt ihr mal bis dahin, Leute, sagt mal alle gleichzeitig Tschüss. Tschüss. Tschüss.